Und noch unterwegs denkt man ja oft, oh Gott, ich mache sowas nie wieder. Und bei mir war es eher, boah, das ist so cool hier, ich möchte diese Xtreme Series finishen. Die Xtreme Series besteht aus fünf Rennen. Zum einen gehört der Austria Xtreme Triathlon dazu, aber auch noch vier weitere Rennen in den Pyrenäen, in Tschechien, in Italien und in Südafrika. Bisher haben die Series sieben Athleten gefinisht und bisher sind das alles Männer. Und ich glaube, das sollten wir ändern.